Diese kleine Pinscher-Dame ist unsere Leggy. Sie ist 32 cm groß und vier Jahre alt. Leggy wurde in einer Tiefrourage eines Kaufhauses gefunden. Leider war sie nicht gechippt und auch eine Suche auf Social Media nach den Besitzern brachte keine Ergebnisse. Wir gehen davon aus, dass Leggy ausgesetzt wurde. Dass Leggy das Leben im Haus kennt, merkt man ganz klar. Die kleine Hündin findet sich sofort zurecht, macht nichts kaputt und kommt gut zur Ruhe. Auch Bettchen und Sofas kennt sie und schläft liebend gerne darauf. Mit den anderen Hunden und der Situation im Tierheim kommt Leggy gut zurecht und sie hat sich schnell angepasst. Dennoch ist es auf Dauer nichts für sie, denn sie liebt die Menschen abgöttisch und lässt sich liebend gerne streicheln, kraulen und verwöhnen. Sogar ein paar portugiesische Kommandos kann Leggy schon gut ausführen. Die kleine Maus sucht nun nach ihrer perfekten Familie. Wir können sie uns sowohl in einer Familie mit Kindern als auch bei alleinstehenden Menschen vorstellen. Wer schenkt ihr ein erfülltes Hundeleben? Meldet euch gerne bei uns. Alle Infos dazu findet ihr unter dem Link in der Infobox.